Die Kür wurde eigentlich auf den Namen Rotors getauft und jetzt zu Carmina Burana klängen. Die wohl beste, die schwierigste, die beeindruckendste Kür, die es in diesem Sport seit je gegeben hat. Musik Achten Sie mal drauf, wo der hingreift mit seinem Tritten in der Traversalgeschichte. Aufpassen in der Pärfe, manchmal zieht er da das eine Hinterbein ein bisschen hoch, ungleichmäßig, aber nicht heute. Musik 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 Ein leichter Taktfehler eben im starken Trab. Musik Aber ansonsten ein ganz starker Anfang von Rusty und Uda Salzgeber, die seit 1997 bei internationalen Championaten, Europa, Weltmeisterschaften und auch an Olympischen Spielen dabei waren. Immer mit der Goldmedaille mit der Mannschaft nach Hause fielte, immer mit einer Einzelmedaille. Musik 2001 zum ersten Mal mit dem Titel. Und, nochmal ein bisschen was zum Thema Doping. Dieses Pferd wurde immer schon auf Doping untersucht, bei jedem Championat, in Aachen und bei anderen großen Turnieren. Und niemals ist es positiv aufgefahren. Und es wird auch nach Hickstein untersucht. Also, hoffen wir, dass das, über das ich anfangen sprach, bald zu einem guten Ende kommt. Aber jetzt, weiter die Kür von Rusty. Musik 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 Keiner hat solche fliegenden Wechselparad wie Rusty, der hier in den vergangenen Tagen sogar die Höchstnoten von 10 Punkten sich teilweise abnimmt. Und auch in seinen Traversal. Musik Musik Souverän gelungen die Galopp-Tour. Musik Mit jedem Tritt nähert er sich seiner zweiten Goldmedaille der Einzelwertung bei den Europameisterschaften. Rusty in Zusammenarbeit mit Ola Salzburg. Musik Leichtfüßig, elegant, harmonisch einfach dieses Bild. Die ganze Virtuosität des Dressurreitens wird uns hier offenbart. Und in diesem großartigen Konzert spielt sie die erste Geige. Ola Salzgeber und Rusty, das ist die Titelverteidigung. Musik 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 Musik